Willkommen bei profi-schnapp.de hier in Impfingen im Showroom. Ich zeige Ihnen heute ein ganz tolles Schnäppchen und zwar von Venechili, die Garnitur Sally als zweiteilige kleine E-Gruppe 15350 in Leder Z7228 Hellblau Navy. Ein mikropigmentiertes Anilinleder, hautsympathisch weich und doch pflegeleicht. Ein Kundensterno, Kunde bestellt und nicht abgenommen. Kleine Garnitur, sie brauchen bloß 1,66 Meter Platz und haben eine vollwertige Ecke. Vollwertige Ecke heißt hier, auch hier habe ich einen Rücken und hier brauchen sie bloß 2,48 Meter Platz. Die zwei Dekokissen habe ich draufgelegt, damit das Ganze ein bisschen wohnlicher aussieht, die sind nicht im Preis enthalten. Die Garnitur ist konventionell mit Federkern gepolstert, aber trotzdem nicht zu hart. Schön weich, schön soft, soft Corpismus, hohe Füße, deshalb leicht wirken. Eine vollwertige Ecke, sie können aber auch wunderbar hier in der Ecke liegen. Sie können hier liegen, sie können überall liegen. Sie haben genügend Platz für eine kleine Familie. Sie haben eine schöne zierliche Garnitur in einem warmen Leder, Leder, das trotzdem pflegeleicht ist, mit diesem Vintage Look und sie haben einen Wahnsinnskurs. Hier 1950 Euro für die Ecke Garnitur. Ja, was soll ich noch sagen? Wenn Sie sowas suchen, eine kleine schnuckelige Ecke, die leicht wirkt in einem warmen Leder, in einem modischen Vater, dann, Sally, schnappen Sie zu. Oder kommen Sie zu mir nach Empfingen, würde mich freuen. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.